Moin Moin, Willkommen zum vierten Teil meiner Night of the Dead Reihe. Jetzt möchte ich mal auswärts so weit laufen wie ich kann und riskiere jetzt alles bis zum Map Ende. Mal schauen was sich ergibt. Mal schauen auf die Dead. Ich will es einfach mal wissen. Gut mir fehlt ein bisschen Munition. Ich habe gehört wenn man auswärts im Wald rennt hat man viele Bären gegen sich und die Fetzen an. Aber man kann ja speichern. So meine Base, mein Pool, mein Haus. Ich bin nicht reich in einer Apokalypse. So hab ich mal losrennen. Und schauen wir mal, wohin der Weg führt. Ich würde mal sagen, Map Control. Gehe ich jetzt hier raus und dann rechts rum und gehe hier. Das ist doch nicht das Ende der Map aber was neu ist. Ich riskiere es noch. Gespeichert habe ich. Wir sind jetzt noch behalte, wenn ich verliere. Keine Ahnung. Aber ich muss erkunden. Ah, ich hätte ein bisschen Essen machen können. Aber naja. Steckt noch nicht drin. So eine Reise plant man nicht. So eine Reise sollte man fortführen. Ohne Disquisition. So, bin da ein bisschen weg. Ein bisschen weg. Ein Stückchen nach links. Jetzt geht es genau. Ah, Bild sehe ich noch. Dann schauen wir mal. Ich hoffe die Reise. Sie wird nicht scheiße. Sie wird nicht scheiße. Okay. Because, 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 because. Ich muss nochmal schnell ins Haus gucken. Lights on. Lights on. Nicht an. Gut. Da ist er noch. Oh, ich brauche Munition. Ich habe nicht ein bisschen Munition. Das geht gar nicht. Seit jetzt auch. Scheiße. So, ich komme gleich zu dir, mein Freund. Ah ne, er kommt zu mir. Und. Und dann ist er noch da, wa. Ah. Noch eine Katana. Ich bin schon nicht mit. Jetzt bräuchte ich langsam mal ein paar Leute, die das mit spielen hier. Ich habe wirklich so viele Waffen hier. Und ich kann nichts machen. Ich kann schon was machen, aber ich hätte schon gerne ein paar Leute mehr. Oh, ich nehme alles. ich stehe darauf alles zu nehmen die häuser sind wirklich gold wert so jetzt ich hier ja wie nach links euch geht es ja die straße runter dann schaue ich mal hier ist rohstoffe mitnehmen stück scheißen ich muss was bauen auch ein feld du erschreckst mich so die scheiß zombe na toll blöde zombie hat alles abgelenkt wo ist das vieh mehr krebel das kann doch nicht sein man kommt wirklich nicht weit man ist wirklich gezwungen zu looten war das war das ein danach ich soll es erklären bezüchte ich danach ich brauche die lumpe man ist einfach nur gespannt an jeden haus was könnte drin sein brauche ich auch munition da ist irgendwie noch einer drin ich höre euch was ich habe Angst ich habe Angst ich habe Angst wie scheiß mein Zeuschen na komm wo bist du ja nicht ah hier ist er wow da steht er noch ja noch heute haben sich absp- absprechen wenn ihr Papi erschrecken wollt raus 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 so jetzt geht es schon danach wo ich lang wollte so ein dreck der schädel ist weg soll ich jetzt eine sammeln ob es gedacht auch der klöpfchen munition 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 7 ich nehme alles mit nix brechen brechen das gewähr 14 stück heißen noch mal brechen so dass ich die quer munitions box deswegen sind so viele drin kann ich nur gebrauchen weil ich bis zum ende der weltläufe ich müsste das noch laufen meine videos dauer nicht ewig das habe ich mir immer gewünscht genau so bestimmt noch eine melone drin plastik kopfertrat eisenbaum stahl stahl gut melone aber es nicht nein 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 da geht es lang ich wollte weit reisen ich sollte nicht jedes Und alles nicht, was man bekommen kann. Fight! Au, au, au! Ja, Junge. Was machst du schon? Cool. Ich höre Schritte. Alter, Saftratte. Was ist das für ein Laden? Ich werde mal shoppen gehen. Oh, oh, oh. Bleib ja dort. Scheiße, scheiße. Das Schreien ist nicht so gut, ey. Es lockt nur die anderen an, die anderen an. Ist noch ruhig. Gut. Gut, hier habe ich eine Straßkirche. Im Haus ist was. Du siehst, ich will schon wieder reingucken. Das kann es einfach nicht sein. Oh, ich brauche hier mehr... Lootplätze. Ich höre was. Oh, stell dich nicht so an, Junge. Gut. Hm, Science. Ich werde mich mal ernähren. Gut. Ich höre, ob das schritte. Hallo. Meine Mama ist da. Ein Schlaf. Oh, viele Kisten. Ja. Oh, nee. So, was haben wir jetzt noch? Holzbad, Holzbad, Laura. Ich brauche einen Buni. Ihr wisst bestimmt euch, wo der Checkpot was Munition betrifft. Oh, Laptop. Electric Path. Stück Gummi. Kupferdraht. Stück Eisen. Na jetzt. Fischungslabor. Fischungslabor. Schrei doch nicht so rum, Mutti. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Boah, man ist so Lootgeil. Man kommt einfach nicht dahin, wo man hin will. Läderhäuser. Ach, du dickes. Ich bin zwar großer Bayern-Fan, aber heute brauche ich keine Läderhäuser. Knotz. Ein Stück Eisen. Gut. Munition. 400. Ich brauche nur. Hoppe. Eisenteile. Stahlstange ist wichtig. Oh, das ist so wichtig, ey. Man will nichts wegschmeißen. Ähm. 3034. Gut. Ich speichere mal. Die schreien, ja, ja. Was hätten sie am Monatsendier am Kontoauszug gesehen? Geht doch nicht. Das war's wohl? Ja. So. Eine Anmeldung. Ich habe mich angemeldet. Hm. Ach so. Das ist so ein Durchgangszimmer mit Türen und Wänden. Ah. Weil ich wüsste was ich nicht höre. Ich bräuchte Money, 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 Money. Boah. Du kannst halt da looten, looten, looten. Ich wollte eigentlich heute ans Ende der Welt. Ende der Map. Was knurrt hier noch? Ich bin nicht zufrieden. Kann ja nicht sein. Geht's doch nicht irgendwo hoch? Ja. Ja. Geht's. Wir müssen da rumärchern. Noch ist es hell. Ich weiß nicht, wie wir zurückkommen, ne? Die Schnellstraße. Ah, jetzt ist niemals so schnell. Aber naja. Ah, es kotzt mich an. Schon wieder ein Haus. Ich möchte nicht. Aber ich will. Das ist wie eine schöne. Wow. Da kommt was. Was? Fähigkeits Baseball Schuhe. Also das Knott hier. Das gehört nicht in meinen. Ich weiß nicht. anbrust dass das dass das alles was man die man teuer ist plastik dass du bist das war ich nicht gut das bleibt krex box steck heißen gewährung und 15 ok was mache ich mit euch die schuhe es wird immer schlimmer die schwarze sind heftig ich brauche alle absolut nicht die koffertraut aus gut zeigen wir uns ein bisschen platz position boxen gewährmonie das ging worin aus sie wurden hier stationiert wenn überall so was herum liegt stoff jetzt also sich ausschließen einmal nur immer nur noch was ist da los dann nehme ich natürlich alles noch so ein scheiß gewehr 16 die habe ich schon raus damit ist so lieb gemeint groß wie aber bin ich jetzt ich darf nicht so viel das macht so süchtig so das haus noch und dann werde ich sagen ich gehe erstmal zurück natürlich alles das ist nicht so viel nein dunkle jeans wie sieht meine aus schwarze trainingsanzug ich brauche keine jeans ich glaube ich will mich besser vorbereiten wenn ich bis zum ende der welt spiele und man kriegt ja einfach nicht genug beim bluten das ist einfach extrem schlimm ich mache es war die heimreise dann werden wir weiter sind das ist jetzt selbst bluten macht krank süchtig hat noch nicht wer will noch mal fuchs 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 ich muss sofort anhalten geht gar nicht so mal schauen mal schauen wo sorgen die frauen 313 naja 313 413 413 413 413 413 413 413 413 513 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 Mal gucken, was man mit dem Daumen machen kann. Run, boy, run. Ja, ja, Inventarfall, auch dort sind. Wir nehmen alles mit. Oh, yeah. Ich glaube, wir sollen es nicht mitnehmen, oder? Dieses Wolfsfeld hätte ich schöne gerne. Das ist anstrengend, ey. Scheiße. Wie ist das mal was, mein Junge? Was ist das? Eine Kirsche. Oh, okay, eine Kirsche. So. Was ist das? Ah, ne, die Pils, ich will Essen machen. Ich will Essen machen. Die sind auch sehr wichtig, die Äste. Oh, ich werde eine neue Truhe machen müssen. Nur für Holz. Holz, 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 Holz. Fuchsknochen. Oh, das ist so wichtig. Ich will den Schwenk schmeißen. Ah, das nehme ich jetzt, genau. Fleisch. Ah, ich habe gehört, die Knochen braucht man auch ganz dringend. Kaninchenfell, auch sehr wichtig. Und seine Stein. Kleiner Stein. Die kann ich verdrehen, schätze mal. So. Ah, yes. Geradeaus. Und ein mühlings. Schätze mal, das Wort ist krankenhals. Was, 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 was. Was, was, was. Hier läuft welche was, was nicht da her gehört. Ah, Moment, wird er länges. jetzt bin ich da jetzt bin ich wieder da ein schwein was wild ist was die bäume gespawnt die ich heute alle gehackt dann möchte ich dann möchte ich so lange gerannt auf der wand hast die kraft jetzt habe ich schäden viel material jetzt brauche ich mir mal eine kiste kiste für mein holz die bau ich hier her wo 8 davon kann ich hier noch bauen auch schön da kann man bauen ohne beschränkung so jetzt gucken wir was wir hier rein tun baumstamm baumstamm ja das holz 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 baumstamm bretter äste stoße stimmel stimmel aber schön 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 noch einmal hoch die kommen mit rein die Äste kommen mit rein die Ranken kommen mit rein so ok hast du die Kiste voll das nehmen wir doch mit rein so holzmäßig ist jetzt eigentlich alles voll bisschen Elbs in die Möse das muss die Wesen sein so und hier kommt Stoffe rein Stoff das bleibt das bleibt das raus 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 Eisenerz also Metalle schwer auch ich kann mich nicht entscheiden ich will hier alles drinnen lassen am liebsten ne ne war nicht auf dem Grundstück gut sein so ja wird langsam gruselig hier so Stoff haben wir so zusammenhörig das ich spiel mal essen kommen Aber ich muss mich mal um die blöde Bitch kümmern da draußen, ey. Poster Pils, Crash, Graffin. Ja, ich komm gleich zur Kirne verleihen. So, die Kiste mit Essen wäre nicht schlecht. Lass mich raten, Bretter. So, keine Bretter nötig. Keine Bretter, 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 Bretter. So, da kommt hier mein Essen rein. So, Kiste. Darm, Pilze, Pilze. Hä? Ich hab da Haufen Essen gebraten. Ach, da oben. Fleisch. Schön. Schön. Ich hab da noch eine Lampe. Obst und Gemüse. Ach so, war das blöd. Ich brauch eine Materialkiste. Ich hab so viele Kisten, ey. Die blickt da gar nicht durch. So, ich geh mal schnell kill it. Geh mal schnell die alte Bitch töten. So, kurz vor der Nacht. Wann ist das jetzt so gemacht? Ja, wo ist die Eile? Guck mal, mein Fräulein. Ich hör mal schon mal reden. Licht nochmal. Schöne schöne Haustür. So, meine Base ist schön beleuchtet. Mein Schwimmbad auch. Wunderschön. Ja, Kisten hab ich hier noch. Gefuttert hab ich hier noch. Ich würd sagen, ich lock mich jetzt anders und mach mich für den nächsten. Für den nächsten. Na, wie heißt das? Für die nächste Horte fertig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne, ich glaub wir sehen uns jetzt noch. Ich höre da ein böses Wesen. Schreiner muss so her. Herrlich. Gut. Ich würd sagen. Ich belasse es erst mal hier. Ich spare hier das Spiel. Und beim nächsten Mal. Bei Freitag. Die nächste Horte. Bekämpfen. Und die wird ein bisschen schlimm. Weil jede Nacht war die Horte immer schlimmer. Jetzt hab ich ein bisschen Munition. Bin ich zufrieden. Also wen das Video gefallen hat. Lasst ein Like da. Oder auch keins. Sie hätten selbst überlassen. Ich zwinge keins und euch und was. Viel Spaß meine Freunde. Ciao, ciao.